Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Haustag News der Woche. Die Ampel hat sich jetzt auf die Neuregelung des Solarpakets geeinigt. Ziele sind vor allem Baubeschleunigung und weniger Bürokratie. Außerdem gibt der HKI einen Überblick über die Fördermöglichkeiten zu Biomasseheizungen in Bestandsgebäuden. Und Wiesmann kauft nun gezielt Handwerksfirmen, um Fachpartner des Unternehmens im Servicebereich stärker zu unterstützen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine Folge von unseren News mehr verpassen möchtet. Solarpaket 1 bringt Neuregelungen Das Solarpaket kann nun in den Bundestag. Die Ampel hat sich auf eine gemeinsame Position geeinigt. So soll der Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen entbürokratisiert und der Photovoltaik-Zubau beschleunigt werden. Für Balkon Photovoltaik gibt es Erleichterungen bei der Anmeldung im Marktstammdatenregister. Die vorherige Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt ganz. Außerdem dürfen die Anlagen übergangsweise die alten Ferraris-Zähler weiter nutzen und sollen mit einem herkömmlichen Schuko-Stecker auskommen. Die Weitergabe von Solarstrom innerhalb eines Gebäudes an mehrere private oder gewerbliche Stromverbraucher soll attraktiver werden. Anlagebetreiber können den Solarstrom künftig barrierearm an Mieter und Mitbewohner veräußern. Zusätzlich wird es Verbesserungen für Mieter-Strom-Projekte geben. Auf Kritik hingegen stößt die Absenkung der Leistung von Dachanlagen, die eine Marktprämie in Ausschreibung ergattern müssen. In Zukunft nehmen alle Anlagen ab 750 Kilowatt an den Auktionen teil, wenn sie eine Förderung bekommen wollen. Vorher lag die Grenze bei einem Megawatt. Im Bereich der Freiflächenanlagen sollen in Zukunft auch Solarparks mit einer Leistung von bis zu 50 Megawatt an den Ausschreibungen teilnehmen können. Zudem sollen landwirtschaftliche Flächen in benachteiligten Gebieten leichter genutzt werden können. Der Netzanschluss von Solarparks bleibt leider aufwendig. Die Duldungspflicht beim Verlegen der Anschlusskabel von Solaranlagen im Boden von Nachbargrundstücken gilt nur für Grundstücke, die im Eigentum der öffentlichen Hand sind. Privateigentümer können weiterhin die Verlegung der Kabel behindern. Dafür wird der Netzanschluss für kleinere Anlagen einfacher. Der Betrieb von größeren Gewerbe- und Netzspeichern soll verbessert werden. So wird das sogenannte Ausschließlichkeitsprinzip neu geregelt. Was das konkret bedeutet und viele weitere Details zum Solarpaket, lest ihr in unserer Meldung auf haustec.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Förderung für wasserführende Pelletöfen Der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik gibt einen Überblick über die Fördermöglichkeiten zu Biomasseheizung in Bestandsgebäuden und somit wasserführenden Pelletöfen. Berechtigt sind aktuell alle Personen, die ihr Einfamilienhaus selbst bewohnen. Die Förderung hängt sowohl von der Heizungstechnik als auch vom Einkommen ab. Sie ist mehrstufig aufgebaut. Die Grundförderung beträgt 30%. Sie wird allen Antragstellern gewährt, die auf eine klimafreundliche Heizung mit mindestens 65% erneuerbare Energien umsteigen. Wenn Eigentümer ihre Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizung ersetzen oder eine mindestens 20 Jahre alte Gas- oder Biomasseheizung austauschen, erhalten sie bis Ende 2028 einen zusätzlichen Klimageschwindigkeitsbonus von 20%. Um diesen Zuschuss für wasserführende Pelletöfen zu erhalten, müssen diese allerdings immer mit Solarthermie, Photovoltaik oder einer Wärmepumpe kombiniert werden. Dann gibt es noch den Emissionsminderungszuschlag. Dieser Umweltbonus beträgt 2500 Euro, wenn das Gerät weniger als 2,5 Milligramm pro Kubikmeter Staub emittiert. Diese Geräte sind mit einem Staubabscheider ausgestattet. Und Eigentümer mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von bis zu insgesamt 40.000 Euro erhalten einen zusätzlichen Einkommensbonus von 30%. Wer für alle drei Förderungsbestandteile qualifiziert ist, kann maximal 70% der förderfähigen Kosten erstattet bekommen. Unabhängig davon kommt der Emissionsbonus hinzu. Da die förderfähigen Kosten auf 30.000 Euro gedeckelt sind, erhält der Antragsteller im besten Fall 23.500 Euro als Zuschuss von der KfW. Der Wiesmann Climate Solutions hat am 19. April 2024 die Übernahme der Waldhauser GmbH und Co. Wärmetechnik KG und Waldhauser GmbH bekannt gegeben. Waldhauser ist ein Familienbetrieb mit Sitz im bayerischen Grünewald, der in der zweiten Generation geführt wird. Mit dem Erwerb von Handwerksfirmen will Wiesmann die Fachpartner des Unternehmens im Servicebereich stärker unterstützen. So werden mit Waldhauser die Servicekapazitäten rund um München erhöht. Es sind jedoch weitere Akquisitionen deutschlandweit geplant. Der Fokus liegt dabei auf Spezialisten aus verwandten Gewerken. Wiesmann Climate Solutions wird deshalb insbesondere nach großen serviceorientierten Unternehmen aus dem Kälte- und Elektrohandwerk Ausschau halten. Darüber hinaus werden auch Anfragen von SHK-Betrieben geprüft, die zum Beispiel aufgrund fehlender Nachfolge eine Zukunft für ihre Mitarbeiter und Kunden suchen. Das Unternehmen wird gezielt in Regionen suchen, in denen die traditionelle Rekrutierung nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat. Die eingestellten Fachleute werden speziell für Geräte aus dem Wiesmann-Portfolio qualifiziert und stellen ihre Kapazitäten dann ausschließlich dem Fachpartner-Netzwerk zur Verfügung. Sanierungssprint mit Rinaldo. Rinaldo wirbt damit, in 22 Arbeitstagen das Einfamilienhaus energetisch zu sanieren. Digitalisierte Prozesse und eine exakte intensive Vorplanung mit allen beteiligten Handwerksbetrieben sollen es ermöglichen, dass mehrere Gewerke gleichzeitig auf der Baustelle arbeiten. Dabei soll es vor allem um Gebäude der Effizienzklassen F, G und H gehen. Durch die Digitalisierung fließen viele Informationen in Echtzeit. Dadurch sinkt der Verwaltungsaufwand. Das schafft einen Überblick, macht eine transparente Kommunikation möglich und zeigt den Bauvorschritt für alle Beteiligten. Während die Bauarbeiten laufen, sind die Handwerker aktiv integriert und es gibt keine Leerzeiten. Die Mittagspausen werden gemeinsam gemacht, damit soziale Bindungen entstehen können. Denn diese Teams agieren auch in späteren Projekten zusammen, daraus entstehen Routinen, so Rinaldo. Derzeit arbeitet Rinaldo im Raum Hamburg und Leipzig. Dort werden noch weitere Kooperationspartner gesucht, vor allem Dachdecker und Maler, Heizungs- und Trockenbauer, Stuckateure, Gerüstbauer, Zimmerleute und Bodenleger. Rinaldo möchte in ganz Deutschland Standorte aufbauen und wird mit überdurchschnittlich hoher Vergütung für die Handwerker. Gerichtsurteil zum Einbau eines Split-Klimageräts Ein Eigentümer besitzt keinen Anspruch darauf, dass ihm von der Gemeinschaft der Einbau eines Split-Klimageräts erlaubt wird. Das hat in einem Fall das Landgericht Frankfurt entschieden. Vor allem ist der Einbau nicht gestattet, wenn die Geräuschentwicklung durch den baulichen Eingriff nicht komplett geklärt ist. Das Gericht stellte außerdem fest, pauschale Behauptungen zum schlechten Gesundheitszustand des Antragstellers und zu dessen Hitzeunverträglichkeit reichten nicht aus. Wenn man medizinische Gründe für den Einbau der Anlage geltend machen wolle, dann müssten diese viel exakter dargelegt werden, als es in diesem Fall geschehen sei. Das Urteil ist eines von vielen Gerichtsurteilen zum Thema Wohneigentümergemeinschaften. Genauer gesagt, was WEG dürfen und was geduldet werden muss. Den Überblick über die Urteile deutscher Gerichte zum Zusammenleben in einer WEG haben wir in einem Artikel auf haustec.de zusammengetragen. Dabei geht es unter anderem über die Einsicht in Betriebskosten, Sondernutzungsrechte, Verwalterwahl und vieles mehr. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Artikel. Wie findet ihr es, dass Wiesmann jetzt gezielt Handwerksbetriebe aufkauft? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe euch hat unsere Sendung gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen und das doch gleich ein Abo für unseren YouTube Kanal da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!